Mein Name ist Florian Schwab. Ich arbeite bei der Deutschen Lufthansa als Service Professional Transfer und Ticketing. Unsere Aufgaben hier am Ticketschalter sind neue Flugscheine zu verkaufen, wenn ein Gast neue Reisewünsche hat, sein bestehendes Ticket umzubuchen. Falls mal ein bisschen mehr Gepäck dabei ist, kümmern wir uns darum, dass es trotzdem fliegen darf, indem wir das Übergepäck berechnen. Wir kümmern uns im Transferbereich insbesondere darum, dass Passagiere, die einen Weiterflug haben, ihre Anschlussflugbordkarte bekommen. Man sollte einen mittleren Bildungsabschluss haben. Von Vorteil ist, wenn man eine serviceorientierte Ausbildung hat, man soll fließend Deutsch sprechen und gute Englischkenntnisse haben. Da wir hier auch viel mit Zahlen arbeiten, sollte man Spaß daran haben. Außerdem muss man hier auch schon sehr stressresistent sein, weil wir natürlich auch oftmals unter Zeitdruck stehen. Benefits für den Job sind, günstige Flugreisen, aber wir haben auch Vorteile, dass wir in vielen Hotels und auch zum Beispiel bei Mietwagen vergünstigte Angebote bekommen. Wir haben sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wir bekommen sehr viele Kurseangeboten, zum Beispiel Sprachkurse, Kurse zu interkulturellen Themen. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, dass wir uns weiterbilden können. Ein Highlight für mich hier zu arbeiten ist natürlich die Faszination Flughafen, dass wir jeden Tag internationale Gäste hier begrüßen können, dass wir auch hier zusammen in unserem Team arbeiten, viele Schnittstellen kennenlernen können und natürlich auch die Flugzeuge, die wir jeden Tag sehen, die uns natürlich immer so ein schönes, positives Fernweh erzeugen.